So, auf der letzten Episode des der heutigen Aufnahmesitzung Nummer 13, können wir noch mal ein bisschen Abwärtsspeziale reden. Tequila Sunset. Nicht, was ich mir denken kann. Das ist vielleicht der Fall. Ja. Die Legend zurück. Du kennst die Tänze, schmutzbare Schmutz, schmutzbare Pippen. Danke. Hier könnt ihr noch Zeug kaufen und er hier hat... Danko. Danko. Ja, okay. Nicht ebiger Anruf. Okay, kann man nicht aufwecken. Goodie. Du machst so ein günstiges zum Zuschneiden an die Randheben. Ach, jetzt mach ich den Dümmer in glaube ich. Achso, lieber YouTube Zuschauer, der jetzt komplett verwirrt ist. Ich habe gerade über mein Fenster und der Unmöglichkeit geredet, dann Mückengitterrand zu hängen, weil hier so ein zigtausend Motten reinkommt, das ein bisschen ungenehm ist. Ich habe total schlechte Erfahrungen mit diesen Zuschneidergitter gemacht. Eventuell habe ich die immer zu früh eingebracht, aber ich hatte in meiner... Ich hatte früher, noch bei meinen Eltern, hatte ich mir, hatte ich auch das Problem, ich bin ja immer auf dem Dorf gewohnt. Und diese komischen Klebedinger haben nie gehalten, aber immer eine Lücke. Die beiden sind nicht gesplittert, diese Brücke ist nicht von alleine eingestützt. Das war Geschützfeuer. Das ist schon ein bisschen länger her. Und das hat er nie gehalten, dieses Kleber solch in den Fenstern. Und ich wüsste schon, meine Oma, die haben so ein... Was ist das hier? Hey, Geld. Die haben so ein Rahmen zum Einsetzen. Das ist irgendwie besser. Das Trapp ist mit tot und sterben Lökönen. Pohre Dinge. Arme Dinger. Aber ich kenne ja noch was im Schild. Guck. Ich renne jetzt hier gerade mehr durch der Planus rum, weil... Von da auf dieser völlig verhausten Sitzbank blättert. Uralte Farbe. Oh, hier liegt noch mehr Geld. Wie habe ich denn das für ein letztes Mal übersehen? Wie spawnt es? Ich könnte mir durchaus in der Uwe... Ich weiß übrigens immer noch nicht, wie ich in das Gebäude reinkomme, aber wenn man hier nämlich rauszoomt, sieht man, dass drinnen eine Treppe ist. Im Inneren des... Zumindest habe ich das über eine gesehen. Das ist aber eine Treppe drin. Ach nee, war nicht in diesem Gebäude, sondern in dem anderen nehmen an. Ups. Okay, gut. Also wir haben zumindest die Fallen alle abgeprüft. Eine Boje tanzt im Wasser hin und her. Sie ist mit einer Elfgekanzel. Sie wäre ein hervorragendes Versteck. Moment, ich sehe nichts in unserem Wasser. Du hast noch keinen Grund, um. Noch nicht. Nichts. Nur ein Hunch. Der Hunch passet, dich da zu verlassen, durch den alten Mann, die in das Wasser bobbelt. Zeit, um zu gehen. Warum? Das ist jetzt irgendwie mehr verwirrend als das andere, ne? Das ist mir halt irgendwie das Ding ins Dach, dass ich mich irgendwie in irgendeinem Schilf verstecken kann. Ich habe übrigens immer noch das komische Mann aus Helm, der T-Shirt an, weil es mehr Attributpunkte als das andere gibt. Den... Körperberaten... Ach ja, genau, weil ich jetzt... Wie viel Schauder bin ich jetzt? Neun. Ich glaube, es ist wirklich das Beste, was du machen kannst. Weil damit kriegst du ja wirklich maximale... Könnte ich ihn nicht irgendwie irgendeinen Tunnel noch halten? Fällt Elektriker... ...und die Leipzeln... ...und die Leipzeln... ...und die Leipzeln... ...und habe die denn... ...sofort diesen Gitter belegt. Und vielleicht habe ich da... ...hätte ich irgendwie erst eine halbe Stunde warten müssen, oder so, bis das... Oh, die sind jetzt... ...warte, könnte ich das Tara eigentlich noch mitnehmen? Okay. Ähm. Kommt, vielleicht war der Raum nicht richtig sauber oder so. Ja, das war vor allem ein Holzraum. Ich meine, bei dem Fenster war das eigentlich voll okay, weil ich möchte mich da eh nicht rauslegen. Das Problem ist, dass es so ein Doppel... Ich wohne jetzt ja in einer sehr modernen Wohnung. Und es ist so ein Doppelfenster. Also ich habe ja lauter... Ich habe ja nur... ...wandhohe Fenster, aber die eigentlich voll geil sind, weil du kannst das richtig geil durchlüften. Nicht nur so ein kleines Fenster, da kommt auch viel Licht rein. Und nimmst du den Hörer? Was passiert denn jetzt? Du nimmst den Hörer ab und wir sind ja zufällige Nummer... ...und fünf, zwei, 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 zwei... ...klinge. Es klingelt. Es klingelt. Das fühlt sich falsch. Du solltest das machen. Oh ja. Ende von Tone. Niemand holt mich auf. Pierre? Ist das du, Pierre? Hatten wir, hatten wir, hatten wir das schon mal, das, das Ding mit Pierre? Also irgendwie mit Telefon und Harry? Das ist irgendwie so eine Beziehung, die ich... Er weiß ja nicht. Kann schon sein, wie ist dann Pierre so? Selbst die Tiere sind gestorben? Welches Haus sie hat es schon? Bist du sicher, dass du hier hörst? Dein Geist ist anders. Ich... ...dehe... ...prevente sie mir. ...prevente sie mir? Ich höre noch eine Nummer. Das klingt nach einer guten Geldverwendung. Still jemand, mit einem maskellen Voice. Hallo, Gerard spricht. Hallo, Gerard. Technisch sprach, deine Elektrizität. Nein, was du bist, ist eine Überraschung. Holt seine Frau auf das Telefon. Na, ihr seid eine wahre Wundertüte. Holt seine Frau auf das Telefon. Ist Elektrizität da... Was? Ähm, Gerard haben wir berat? Ist Alextrizität da? Ich spiele mal... Gerard, was ist ein Trottenlachm? Ändere den Namen. Gerard, hol mir deine Frau auf das Telefon. Wer ist das? Ist egal, ich will sie... Harry, los, Hose, ich warte echt ungern. Hier ist Pierre, jetzt Hose, ich warte echt ungern. Wer ist das? Was glaubst du, du denkst, du mich so zu sprechen? Die... Für wen hättest du dich eigentlich? Die Stimme am Telefon ist plötzlich sehr aufgewühlt. Ich bin der Typ, der deine Frau vorgelegt, Gerard. Jetzt hol sie einen Hörer, bevor ich meine Gehörd verliere. Ähm... Just tell me what's going on here. Bianne! Come here! Die Sounde are muffled. You can make out two people. A man and a woman called... Bianne. They're talking to each other in agitated voices. There's a shuffle of feet. Children maybe. Ja, ich glaube, wir verursachen gerade richtig Flurschaden. Amid the howling in the wire, you make out a woman's voice with a thick Samadhan accent. Gerard, Gerard, this is a joke. Someone is making a joke. Aha, ich nehme dich durch den Arm. Es ist natürlich auch geil, dass wir natürlich auch gleich eine direkte Problemfamilie erreichen, wo das auch so richtig schön nach hinten losgeht. More shouting. You're pretty sure you hear a man saying, fuck, several times. Then the crackle in the phone line gets violently louder, like the surf breaking. You can't make out a single word. Just vague voices. One more. A child has joined. Something breaks or falls over. Footsteps approaching. Something hits the phone with a loud crack of Plastik and the microphone hiss. After that you are left with the disconnect tone. What in the name of God did you just do? Calling, calling, calling. Still, still. Stop calling me, man. Also, das, 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 das ist. Also, ich finde diese Telefongespräche, diese 10 Cent sind bestens investiert gerade. Die Stimme am Ende klingt ja wenig übergeschnappt. Auf mich anzuholen. Ich gebe dir dein Geld, okay? Ich brauche nur heute Abend. Lass mich arbeiten. Das ist das. Ich, ähm, Hey, ich lege mich mit ernsthaften Leuten an. Disconnect, tone. Ach, verdammt. Ich habe schon gehofft, wir kommen jetzt gerade zu illegalen Mafia-Geld. Calling. Ich bin müde. Ich bin müde. Ich bin müde. Wie aus der Pistole geschossen, antwortet ein Mann. Er hat eine heiße Raucherstimme. Du hörst, wie in der Ruhe jemand tippt. Es klingt, wie er sich nicht mit jemandem in ziemlich einem Zeitraum Äh, weswegen sind sie müde? Ich bin auch müde. Wenn ich nur ein Monat ohne Schreiben gehen würde, nein. Zwei Monate. Ich könnte mein Gehirn regenerieren. Fucking Liberalismus. Ich würde seine Schreiberei gerne vor ein, zwei Monaten niederlegen, um sein Gehirn zu regenerieren. Verfluchter Liberalismus. Der Mann erscheint mit einem Lachen. Du hörst nicht den customary Disconnect-Tone. Nur silence in der Handset. Die Maschine ist immer noch für dich, ein Nummer zu schlucken. Es scheint, es hat nicht genug Zeit, die Münze zu schlucken. Das passiert manchmal. Es hat ja nicht genug Zeit, die, die Münze zu schlucken. Lucky you. Der Anruf ging zu schnell, um das Payphone zu registrieren. Du kannst trotzdem eine neue eine machen, ohne Geld zu schlucken. Du schluckst deine Augen und legst deinen Indexfinger auf dem Rotary Dial. Dann schluckst du auf die Nummer. Dann schluckst du einen hin. und répit die Motivation. Zweifel. Strang. Das ist nicht so, wie du es vorhin begonnen hast. 414447. Die Rotary Dial fühlt sich kalt von der Nahrung an. Gibt es eigentlich irgendeine Art von Kontakt zwischen den Isolars? Du willst weiter die Nummer? 1117361. Deine Finger bewegen sich wie ein Spider. Jedes Mal die Ring rotatet mit einem kleinen Ring wie ein Bell tolling. Die Finger bewegen sich wie eine Spinne, ein metallisches Kling, wie ein Glockenschlag. Da kommt noch ein Herz. 451 67 451 Du gehst jetzt in einiges unkönnendes Ort. Far away from this Island of Matter and its Telecommunication Networks. Diese Nummer ist sehr lang. Rip Harry? Wann hast du es geschrieben? Oh jetzt? Du bringst es zu Ende? 451 You have dialed God knows how many numbers. The headset has been waiting silently to relay a signal. Surely nothing can come of this you think. But it does. A connection. An ultra long distance call. Your air fills with a crackle. The wash of a strange ocean full of white noise. A little bird starts ringing in there. Not like the local calling tone before. No. a small ring in a cage of distortion. Far away. A distant network of phones. Wir kriegen ein Ultraferngespräch für 10 Cent hin? Ein winziges Kling in ein Kefir, das Rauschen weit weg in ein Terras von 25 Es klingelt. Kling in the night. The saddest sound in the world. Kling still. Es klingelt immer noch. The handset starts slipping from your sweaty palm. Your breathing is heavy. Winsingkraft unmöglich. Du legst auf. Nein, wir machen das letzte weiter. Kling. 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 Kling still. Then the ocean breaks. Out of the depths. A woman's voice emerges. Small. The dearest thing you've ever heard. Dann durchbricht er aus den Ozeans rauschen. Aus den Tiefen herklingt die Stimme einer Frau. Klein. Das Herz am liebsten das du je gehört hast. Hallo? Sie hört sich verschlafen an. Ich bin ein revolutionärer Diener der Menschheit. Ich werde die Menschen der Freien und die Klassenlose verwirklichen. Ich werde die Toten auferstehen. Seine Stimme ist so schön. Das ist total creepy, oder? Ich sag mal nur Hallo. Brummelt sie mit deiner warmen, schläfrigen Stimme. Wer ist das? Deine Stimme ist... Wer ist das? Dora? Wer ist das? Die Verbindung ist schlecht. Dora. Oh. Dora. Der Name fühlt sich als ein Geschenk. Ein Geschenk, das für mich gemeint war, dass es möglich macht, das Leben erträglich zu machen. In der distorschten Distanz hört du jemanden neben ihr Bedspringen rattle. Ich höre neben mir das Knarzen vom Bett nicht darauf reingehen. Okay, ich traue meiner Willenskraft. Es ist nicht wichtig, ob du reingehst oder nicht. Du denkst, du hörst eine Mannes in der Hintergrund. Es ist in Schmerzen und weißen Geräuschen. Hm. Ich nehme das. Ah, wenn ich deine Stimme höre, will ich zu Staub zerfahren. Keine Ahnung, womit ich das gesagt habe. Ihre Stimme klingt jetzt deutlich wacher, trotzdem noch unleidlich müde. Ich muss nicht zurückziehen. Nein. Die Verbindung verletzt. Du hörst ihre letzten Worte wieder in in ECHO. Ich höre ihre letzten Worte erneut. Was ist das? Bist du das? Deine Stimme ist so schön. Nein, nein. Es ist du, nicht es? Du bist es. Tschüss. eine Sorge. Sie hört dich, aber sie nicht hängt. Und neither Du kannst nicht auflegen, das heißt, war der einzige Option ist noch das hier. Ich sag nochmal Hallo. Wer ist das? Du bist nicht revolutionärer, Harry. Du bist trank. Du hast nur zwei, vielleicht drei Dinge zu sagen, bevor die Veränderung ausläuft. mein Name ist auch Harry. Ich bin wieder trunken noch high. Ich bin nur verletzt. Oh Gott. Hey. Wissen Sie, was Zeit es ist? Es ist so late. Es ist vier Uhr, Harry. Ich muss in zwei Stunden aufwachen. ich glaube, ich habe jetzt noch genau eine Sache, die ich sagen kann. Ich will über mich reden. Wer bin ich? Du scheinst mich zu kennen. vertrete das Gesetz. Ich bin Detektor. Ich bin an einem Fall dran. Jemand wurde aufknüpft. Ist jemand bei dir? Wo bist du? Du hörst dich an, als wärst du ein anderer in der Welt. Ich will mich reden. Wer bin ich? Du scheinst mich zu kennen. willst du reden, worüber wir noch nicht geredet haben? Das ist schlecht. Du fühlst deine rechte Hand auf den Hora schmerzvoll verkrampft. Wo bist du? Du hast die Hand als wärst du ein anderer in der Welt? Ich weiß nicht ob ich das wirklich wissen möchte. Mirova haben wir jemals etwas von einem Ort namens Mirova gehört? 22 Millionen Menschen leben in Mirova die Kapital Stadt Grat ist das Kapital der Welt nach Rivershall wurde getötet. Hast du Lust feiern zu gehen und Schmerz bekommen Herz Infarkt ich habe zum Glück ein bisschen hier Du legst auf Te Deine schmerz mit Bösen wird mit Bösartiger Schwung aber woher kenne ich die Nummer wenn es so unendlich weit weg Die Begrüßung an Mimi. Ich habe eine Länge, aber sie. Ach, das ist doch schön. Wo denn gehst du in zwei Stunden? Wo genau? Die Akademie, wo ich arbeite. Das hört sich besser an als meine Arbeit. Freut mich. Ha, Akademie, ich arbeite wirklich. Das freut mich. Keine Antwort, nur ein Lachen. Die Begrüßung. Die Akademie, wo ich arbeite. Keine Antwort, nur ein Lachen. Die Begrüßung krägelt, wie ein Blaschenbücher. Sie wird nicht mehr antworten. Entschuldigung, Ton. Die Maschine hat Geld ausgelöst. Quicksale. Ein Metallbücher unter einem gelben Kastenbücher. Das Leben ist Müll. Das Leben ist Müll. Danke, liebes Indy. Ich fürchte übrigens, wir sind Moral. Wir sind in unserer inneren Selbstfindung noch nicht ganz so weit gekommen, um tatsächlich, um uns mit Dora immer noch zu, äh, irgendwie mit auszukäsen. Ich will eine weitere Nummer. Ich wähle die Nummer nochmal. In der Mitte davon. Ein familiarer Ring. Small. Distortiert. Kallend. Kallend. Das Telefon kommt in der... Okay, gut. Am Telefon hier können wir nichts mehr machen. Aber hey, das heißt, wir haben jetzt die Nummer von Dora. Es ist 41, 44, 47, 11, 17, 361, 457, 451. Echt. Packst die lang. Soll ich nehmen an, die Tür ist nachts nicht besser als vorher. Alle Objekte müssen zugucken. Wo habe ich denn diese Anti-Objekt-Agenda eigentlich her? Habe ich die gelevelt? Ne, die hat sich einfach nur ergeben, ne? Die Anti-Objekt-Agenda. Da kommen wir. Eine Minute oder so von Moral in der Leck auf dem Lock hat keine Erfolg. Das Werkzeug in meiner Hand hat mir keinen Vorteil gebracht. Naja, ich hab's versucht. Kommst du nur drauf? Also das, das... Ach, Botting, du bist eigentlich genau die richtige Person, mit der ich das Gleichnis ziehen kann. Weil das, das... Die ganze Situation mit Harry erinnert mich an Dalina. Dass er halt durch sein Vergessen in der Lage ist, seine Vergangenheit zu überwinden. Weil er sich halt nicht mehr darin hat, wer er war und was er war. Und dadurch quasi eine zweite Persönlichkeit aufbauen kann, die in der Lage ist. Die, die dem widerstehen kann, was, was er einst war. Um dann wieder mit dem umzugehen, was er einst gewesen ist. Okay, gut, das ist, glaube ich, wir haben jetzt hier alles gesehen, was zu sehen war. Ich will es aber eigentlich noch den neuen Tag anbrechen lassen. Wie haben wir es denn? 23 Uhr gleich? Naja, gut. Ne, ich renne jetzt auf jeden Fall... Ich lese jetzt noch schnell ein paar Dick-Mallen-Romane durch. Das vergeht dann, glaube ich, jedes Mal eine halbe Stunde auf einmal. Also, warte mal, ich habe noch eine Fallakte, glaube ich. Die kostet auch eine halbe Stunde jeweils. Äh... Ja, ich hattest du nicht von einer Göttin. Ja, Kokain oder Göttin ist doch quasi das Gleiche, oder? Das ist doch nicht irgendwie... Das spielt doch überhaupt keine Rolle in dieser... Obwohl, dass das Graue ja eine gewisse mystische Ebene schon hat, ne? Also, du musst mal speichern. Alles Telefongespräch ins Nichts war auf jeden Fall gerade. Aber wie genau kann man nach Grat telefonieren? Vor allem für 10 Cent. Verlagte Buch, Unterschriften fälschen. Ja, ja. Fallakte haben wir, glaube ich, nur noch einen Fall drin. Unterschriften fälschen. Es hat eine rote Rufel, aber... Ich bin mir nicht... So viel zu tun heute Nacht. Ich habe ja... Habe ich nicht sogar noch mehr Sachen gekauft, die ich anbauen können? Okay, aber wir gucken erst mal die Fallakte des... Des Verderbens an. Es ist die Lektion, die du gefunden hast. Arson. Pettigstefft. Spouse. Ja. Ein Titel. Ein, der sie sich schützen. Ja. Alle Kappen. Andere sind... Es wird einen Effekt. Du sie nicht genau klamotest. So, die ist ein Fallaktor. Hier, Mordern-Siechebar. Also, den haben wir uns schon angehört, aber ich habe ihn letztes Mal wieder geladen, weil wegen der Verständnungszeit... Also, das war auf jeden Fall der Fall, wo der Typ einfach bewusst ist, weil er aufgestanden ist, weil er Sauerstoffmangel hatte und dann halt... umgekippt ist und geschorben ist. Und der andere, Joseph Mills, konnte den Fall nicht lösen. Das war der Fall. So. Dann haben wir hier noch Unterschriften zu felten. Du ziehst die legalen Dokumente aus der Envelope. Eine 12-40-Mann-Konstruktion-Präume. So, habe ich irgendwas von der Mechanik bringt? In meinen Klamotten. Es könnte tatsächlich sein, dass ich nichts besitze, was Mechanik steigert, ne? Also, gar nichts. Ich habe nichts, was Mechanik steigert. Also, geil. Okay, ich save Scamless. Wenn es denn sein muss. Vielleicht schafft er, wird es ja beim ersten Mal. Schwungvoll und selbstbewusst veränderst du deine Fälschung. Was steht auf der Unterschriftzeile? Zwei Namen. Isobel Sadi und Lilian Carter. Indeed. They look distinctly different and very convincing. These might as well be their actual signatures. Echte Unterschriften. Also, das sieht zwar gut aus, aber es ist nicht real. Da sich kann man es anfangen. All you need to do now is mail the signatures to Everats accountant in La Delta. There was a mail delivery box in the plaza. Nehre the corner of the book. Ich erinnere mich an den Briefkasten. Ich habe ihn gestreichelt. You stare at the great door gunner Megamix. If only you had a boom box, you would be able to play. Kytos' Tape. Tja, get fucked, Everat. In der Tat. Ich habe das erste Lesebuch für Kinder. Buch medizinische Zwecke des Graus. Ein kleines Buch ist aus irgendwelchen Gründen. Ein eigenartige Vorlagen gezeigt. Es beschreibt verschiedene Arten lebender Erkrankungen mit Hilfe von Grau zu heilen. Einige Wurchen scheinen mehr als fragwürdig zu sein. Medizinal purposes of the Pell. The cuff flipping through the book, you find a number of sections on the general benefits of the Pell. A large pharmacopoeia makes up nearly half of the book. Was ist eine Pharmakopoeia? Schön, dass die Frage da auch steht, was eine Pharmakopoeia ist. Du kommst auf die folgende Explanation. Eine moderne Pharmakopoeia sind immer wieder von sogenannten Experten, based on the results of clinical trials. Reader finden hier die zeitlösen Wisdom, die von Generationen von traditionellen Seolite-Medizin-Praktitionern, Mesk-Mystiker und Ilmaran-Folk-Doktern. Ah ja, also normalerweise findet man sogenannte Experten, die sogenannte klinische Studien machen. Und hier finden wir traditionelle, traditionelle Weisheit. It's all quackery, in other words. It seems to contain descriptions of the medicinal properties of various ingredients that may be gathered from the Pell. As well as instructions for producing a variety of herbal remedies. The Tome seems to get heavier with every passing minute. The 15th Indotribe. Because there was. The 15th Indotribe was comprised of eight kids from Fauburg and North Jamrock, running from wild dogs in the valley, hiding scents under rocks and stealing clothes off clotheslines, and sometimes even the copper wiring of phone lines. You may have been one of them. This must be a childhood memory. The 15th Indotribe was your Indotribe, set to rule in Selinda. The rest of the kids are dead now. Car accidents and drugs overdoses. Only you remain. Ah ja, also meine Erinnerung an den 15th Indotribe, die du stammt neben Scupris und den ganzen anderen Firmen, war mein, war quasi meine Kindheitsgang. Aber sie sind jetzt alle tot, weil sie von Auto und Pferden in Überdosen gestorben sind. Toll! Was bringt das Ding? Zehn Cent für jeden angeklickten grünen Kreis. Lange hat sie für Gewandtheit auf sechs erhöht. Uh. Das ist voll gut. Dass ich jetzt Geld kriege, ist natürlich ein bisschen spät. Das hätte ich gleich machen sollen, aber... Mir fehlen leider gerade die Skillpunkte. Wie viele habe ich denn jetzt eigentlich gerade? Äh... Ah, mir fehlen noch sechs. Na gut, die kriegen wir jetzt leider nicht mehr aus. Nichts geholt. Weiß das mit der Nacht. Na gut, dann gehen wir jetzt ins Bett. Indotribe ist so ein Early-Game-Teil. Ja, wo bin ich denn gerade? Bin ich gerade im Early-Game? Ich kann es echt nicht einschätzen. Okay, egal. Wir gehen jetzt ins Bett und mal gucken, was passiert. Ich habe mir Ruhe verdient. Du gehst schlafen. Du hast heute gut Progress gemacht. Ja, weil ich irgendwie Autorität gelevelt habe und es nicht super geklappt hat, ne? Es braucht nur einen Augenblick, bis die Welt für dich verschwindet. Bin ich ja mal gespannt. Das Urheil-Dripigen-Gehirn meint, dass sich das Gedanken, das Gedanke und schlägt. Wir danken Millionen von Lichtern sind, dass ich ein ausgerechnet Instrument bin. Halt die Intrigen um mich herum. In mir aufgezeichnet. Sie drehen sich in aller Ewigkeit. Sie drehen sich und drehen sich. Sag mir, treu mich. Die rastlose Disco des Geistes, die endlose Lernerform. Sie drehen sich in aller Ewigkeit. Sie drehen sich in aller Ewigkeit. An und an geht es. Für ungezählte Stunden. In der Disco, wo du erst gefragt hast, sie tanzen. Riesing. Riesing. Über die dunklen Kurvature. Die große Wingspanne des Sleeps. Studiert mit Sternen. In der Disco, als du dir das erste Mal gefragt hast, zu tanzen. Die riesige Spannweite des Schlafs besetzt mit Sternen. Behold. There are millions of them down there. The first time. The last time. The smoke in her mouth. The plotted flowers. The faces turning. Changing. Über die dunkle Krümmung des Planeten. Hatten wir nicht rausgekriegt, dass die Krümmung des Planeten nicht existiert? Was ist das? It's the world, Harry Boy. And you're made of it. Every day you're out there. You make more of yourself from it. I'm afraid you can't be unmade now. Jeden Tag nehme ich ein Stück der Welt in mir auf. Irgendwie wahr. You can never forget this shit. Die Farben, die Stimme, der Regen, der Schnee. Ich will das nicht vergessen. Das ist wunderschön. Beautiful. It's stuck on loop. Whirling. Spitting out words and images. Wirling spitting out words and images. Klingt auch schon wieder grau. You're the son of the world again. Harry Star. A seasless agent. Picking up litter and old newspapers. Collecting your little bubblegum wrappers. An idiotic picture postcards. Meaningless, meaningless keepsakes. Reading your awful letters and recalling things, aren't you? The endless names of the world. An address book you are. The map of a city. Ganz genau. Ich bin ein Akteur der Welt, aber was für dich ein Akteur ist nichts. Ich bin ein Akteur der Welt. You'll go insane if you keep going like this. One more day and you'll be in the loony bin. I just know you will. And for what, brother man? Wenn ich so weitermache, lande ich in einer Klapsmühle? For the money, baby. Sagt die Gewandtheit für das Geld? Solving your little crossword puzzles. Doing your tasks. Crossing names of lists. Trying to become some sort of world detector. It won't make it okay. It won't put smoke back in her mouth. Das wird den Rauch nicht in den Mund zurückbringen? Spürhund der Welt. Mir geht es nur um meine wirtschaftlichen Eigeninteressen. Du gehst den Gedanken nach. Vergiss die Politik. Wenn ich so weitermache, werde ich nie schlafen. Wirtschaftliche Eigeninteressen? Die Welt um mich herum verändert sich? Ach, schön. Er hat keine Ahnung, was ihn bevorsteht. Warum nicht? Du spürst das Kissen in deiner Wange? Nein, nein, nein. Wir machen hier weiter. Warum immer das limbische System ruft? Du spürst das Kissen in deiner Wange. Das wird nachts keine drei Stunden geschlafen. Echt nicht? Tu es für den Wind. Tu es für das Bildpuzzle. Tu es alles zusammen. Solve die Welt. Eine Konversation in der Zeit. Tag vier übrigens. Hey, Money Mouth. Intrath. The impeccable Hustler-Provider of the 7th Generation. It's Showtime with Savvy. Was ist passiert? Ich bin überrascht, was unten ist, Broke-Gerchen. Das finde ich auch sehr bedauerlich, mein Geldmangel. Geld. Das ist richtig. Es ist Zeit, zu stoppen, zu bemerken, über deinen ökonomischen Selbstinteressen. Und tatsächlich etwas über das tun. Ja, ich habe dich gehört. Was war das? Oh, was waren diese Wirtschaft, die in den Eingressen mit dich geredet habe im Traum? Die Worte eines Superstars versuche ich jetzt gar nicht mit meinen grenzenlosen Träumen mitzuhalten. Der ist schon mal recht erwähnt, dass ich reich werden könnte, wenn ich ein Akteur am Markt werden könnte. Ich habe es satt, nur eine Niedrigvermögende Privatversone. Es muss ein Fluch, es muss an einem Fluch liegen. Ah ja. Was erwartest du denn? Ich bin ein Ultraliberaler. Ich spreche Ultraliberalistisch. Nein, nein. Ein Fluch. Oh, die Gewandheit meint, dass ich nicht den Fluch als Ausrede nutzen sollte. 55 Billionen Rheal ist eine grossen Überestimation. Und wir sind ziemlich sicher, dass jeder Kind in ein Krankenhaus zu einem Krankenhaus zu einem Krankenhaus. Selbst Samir Lozier. Danke, liebe Lurie. Die meint übrigens, dass jedes Kind in den Krankenhaus geht, wenn sie Dreck frisst. Hör, wenn du es wirklich in den großen Leagues machen willst, musst du dein gesamtes Portfolio wieder konzeptieren. Die Steuern und die Steuern über Taxen wird es nicht kümmern. Die Steuern und die Steuern wird mich nicht reich machen, sagt die Konzeptbildung. Und deswegen soll ich lieber irgendwie ein anderes Konzept finden, um Geld zu machen, wenn ich das recht verstehe. Naja, gut. Du musst ein Millionär werden. Jetzt, wie sollst du ein Millionär werden? Mann, Jan hat mir ein paar Nünzenzüchips. Eine Konzept. Der erste von vielen. Erinnere mich, dass du so viele Konzepte brauchst, dass du jemanden kümmern musst, um dir alle deine Wehren zu verarbeiten. Ich brauche noch mehr. Ich könnte Kims Mutterwagen verkaufen. Und dann was? Gehe in den Ranks von Blu-Collar-Kriminellen. Blu-Collar-Kriminellen sind nicht gut. Wir brauchen White-Collar-Kriminellen. Diese Leute sind alle finanziell illiterat. Nur Savvy here knows how to dazzle and embezzle money out of investors' pockets with the acrobatical prowess of a four-time gold medalist in the Samarin Gymnastics Summer Games. Nur Meister Wend, ich weiß, man richtig schön Geld rauskriegt. The ancient Samarin tribes used carved rhodochrosite to represent their wealth. The bigger the bolder, the more money they had. In case you needed to know. Ich brauche also einen größeren Stein. Die Empathie meint, dass ich einfach mehr auf menschliche Beziehungen sehen soll. Dann würde ich auch zu Geld kommen. Of course you don't. You've never even been close to a sum with more than three zeros. Let's face it, you've been on a years-long losing streak. Was? Ein jahrelang losing streak? Das kann doch gar nicht sein. But Savvy's got your back. Savvy's going to book you a charter flight with 80 birds of prey on board. To a land where the streets are paved with Krugerrands and fixed income securities. You've tried again, but this time with money. You win her back. Du wirst sie zurückgewinnen? Das klickt nach einer Person, die gerade in einer Akademie unterwegs ist. Also die Gewandtheit meint, ich kriege hier immer noch Geld. Are you in? Bist du dabei? Ich habe ein Geschäft gemacht, ich habe reingeplaut, zeig mir die Million. Ich bin dabei. Wen werde ich zurückgewinnen? The spirit of ultra-liberalism. Your charm. Your spin. Your winning hand. Ach komm, ich bin dann dabei. Atta boy. Atta boy. Welcome to the final grind. Here we operate with money on a much higher level than the ordinary citizen. We feed it back into the machine. Stop saving. Start spending. Become a patron. Werde zu mir 10. Dazu eine kleine Geschichte aus meiner Kindheit. Zum Abschluss noch. Ich hatte irgendwann mal so mit 7 oder 8 beschlossen, dass ich jetzt Geld sparen würde. Meine erste Entscheidung war, dass ich all mein Geld ausgebe, damit ich bei 0 anfangen kann zu sparen. Ich habe irgendwelche Mickey Mouse Hefte gekauft. Ich weiß noch genau, in welchen Laden der existiert. Wahrscheinlich nicht mehr. Aber ich erinnere mich noch an den Moment, wie ich in diesem... Obwohl, ich erinnere mich vielleicht nicht genau an den Tag, aber ich erinnere mich genau, wo die Mickey Mouse Hefte standen in diesem Laden. Und an diesen genialen Plan all mein Geld auszugeben, um dann bei 0 anfangen zu sparen. Das führt mir gerade dazu ein. Let's start by getting you into the lucrative art market to diversify your assets and increase your ROI. Speaking of which, no any artists. Ah ja, wir sollen in den Kunstmarkt einsteigen. Kennt man welcher Künstler? Interesting. Are we speaking of visual art or something more? Konzeption. So, gute Nachrichten. Wir haben einen Skillpunkt dazu gekriegt. Das heißt, ich kann das Ding hier freischalten und kann am südlichen Motorstraße forschen. Das dauert nur tausend Jahre, aber ist egal. Da habe ich das nächste Mal schon, kann ich es nicht vergessen. Yay. Reden wir von Bildungkünstler und etwas konzeptionellen. Oh nein, nicht konzeptionelle Kunst. Somewhere in La Delta, Numbers flip and whirl on the giant split flap boards of the Stock Exchange. Marking gains the size of Chemie SR's entire economy. Radiocomputers hum below to the tune of gambling. Radiocomputers hum below to the tune of gambling. Wir halten uns also nach einem Gemälde ausschauen. Wie gut, dass ich ein Brunner mit Kunststudium bestens vorbereitet bin. Don't be silly. The art market isn't about art. It's about gatekeeping, speculative bidding and showboating. Ah ja, im Kunstmarkt geht es darum, einfach nur so zu tun, lassen wir mal in Ahnung. Wir halten also nach Gemälden ausschauen. Stopp think of it that way. It's not a painting. It's a highly collectible and irreproducible asset. So, know any local artists with assets to sell. Okay, also, kenne ich irgendwelche regionalen Künstlern, die Vermögensgegenstände verkaufen. Ich sollte nicht mal ein Gemälde denken, sondern einmal die Vermögensgegenstände haben. Was ist das? The turn of the century? The world's moved beyond paintings. You want something experimental? Intramuscular puppetry. Hyperrealistic vapor porn. Meditation opera. Also ich möchte etwas besseres als nur Gemälde, den ich die Jahrhundertwende. Zum Beispiel Dampfpornos. What? Don't listen to this fool. It's not about the artists. It's about the buyers. You can't hang vapor porn in the foyer of your chalet. Also Kuno? He's also 12. We don't want to attract the attention of tax collectors by dabbling in unnecessary child labor. Das ist die Sorge der Gewandtheit, dass wir nicht unnötige Kinderarbeit einbringen. Er hat Potenzial. Defiante Autorität. Thinking outside the box. You're right. She has the poise of a struggling artist. Very tangible. You can feel the poverty on her. Plus, she has paint. Go and support her, like the state never could. Everyone must know, that you're a big fucking shark around here. Unterstütze sie, wie es der große Hai niemals konnte. Ah, schön. Der große Staat. Okay, also wir werden jetzt reich. Irgendwie. Keine Ahnung. Beim nächsten Mal.